Hallöchen! So! Jetzt gucken wir mal wieder in unser Diener Riesennest. Wir hatten ja letztes mal einen bekommen von hier und zwar das war London, Heta? Ne, Heta. Der hier. Das heißt, ich nur gucken, was er noch mal für ein Pokémon ist. Hertran. Hertran oder sowas? Ja. Feuerstahl, okay. Feuerstahl ist der? Wäre dann am besten Wasser gegen ihn oder was bringt ihn richtig runter? Wasser. Feuerstahl hat er, ist schwach gegen Kampf, Boden und Wasser. Okay. Konter. Hm. Boden, Kampf oder Wasser. Ich muss erst mal warten, bis die Leute hier reinkommen. Und dann schauen wir weiter. Ich gucke schon, einer fehlt noch. Einmal fehlt noch. Oh, da ist er ja. Kampf, Boden oder Wasser? Hm. So, mal gucken, was kommt. Ach so, jetzt sollte der Braumteuer beginnen drücken. Upsala. Oh, Käferpflanze, normal toll. Nix davon ist gut. Boden, Kampf oder Wasser? Und ich krieg hier Pflanze. Oh, das ist doch kack. Hi, Blue Star. Oh, Wasser. Toll. Warum dürfte ich kein Gold King haben? Wasser, Boden, noch schlimmer. Warum durfte ich denn nicht? Boah, nimm bloß Wasser, Boden. Oh Mann, ist das gemein. Wasser, Boden oder Kampf? Und ich krieg noch nicht mal einer davon. Kampf, Kampf, wer links? Ich hab auch links reingesehen. Eis, Wasser, wir müssen nach links, wir müssen nach links. Kampf, Boden oder Wasser. Ich hab jetzt nur links was gesehen, was wir brauchen könnten. Ich muss unbedingt wechseln. Ich darf mich mit ner Pflanzen-Pokémon doch nicht zu Feuer. Aber Eis würde auch nicht helfen, oder? Zu Feuer. Er ist ja, äh, Feuerstahl. Könnte Eis... Wie geht's? Oh, gut geht's mir bloß da und dir. Könnte den Eis auch helfen oder klingt das gar nicht? Ja, aber ich glaub mal besser als mit ner Pflanze da aufzutauchen, oder? Sehr effektiv, oder? Das ist schön. Ich muss unbedingt das Stahl-Pokémon bekommen. Oder im Verwandtes davor, aber... Aber ich kann nicht mit einem Pflanzen-Pokémon da auftauchen. Das leuchtet nicht so gut aus. Ich muss jetzt schauen, ob wir überhaupt so weit kommen. Ja, das ist ja super effektiv. Ich hab's jetzt aber auch gar nicht so viel gezogen. Ja, bitte, oder? Klar, das ist doch bestimmt. Das war klar. vad Um, wir hätten uns das weiter sehen, oder? Ja, ich habe es diplomatische Säuren und dann. Da kann ich drauf gehen. Ich glaube ein... Was hat denn das? Nintendo Ich hab doch eine Seite in den Tendos hier Jetzt schon ein Herz zu verlieren, das läuft ja super für uns Das soll nicht wahr sein, dass wir schon jetzt ein Herz verloren haben Man, das ist doch gelöst Nee, ich will den nicht fangen Nee, 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 nee Ja, ich will den Tendel Ich weiß nicht, ob Eis was bringt, das ist das Problem Ich würde am liebsten eigentlich diesen, ähm, siehst du auch mal Ich weiß ja was oben wartet, oben wartet ja Herr dran auf uns Das ist Typ Feuer und Stahl Und, äh, und ich muss die Pflanze loswerden, aber ich weiß nicht, was ich nehmen soll Am besten wäre gewesen Boden, Kampf oder Wasser Dann hilft Eis gar nichts dagegen, gegen Feuer und Stahl Ich weiß nicht, ob ich das gegen Eis sauschen soll Ich weiß nicht, ob ich das gegen Eis sauschen soll Meine Pflanze gegen den Eis-Pokémon, weil mit einer Pflanze kann ich da nicht hoch Ich greife es auch nicht gut gegen Nee Verdammt, ey, ich weiß leider was ich machen soll, oder? Hmm Joah Machen Hm K- Äh, nicht fangen Naja, Kaifel wäre nicht so schlecht gewesen, ne? Der ist ja Eisboden. Hätte ich lieber Kaifel nehmen sollen, verdammt. Ich hoffe, ich will da eigentlich nur wechseln, dann. Oh, wir müssen unbedingt zu Kampf. Das wäre am besten, ne? Kampf nehmen? Bären? Perfekt. Ich versuche mal probieren, den zu bekommen. Wir werden auch Kapoeira fangen. Das will nicht ohne Pokémon hier rausgehen. Ich habe gerade gar nicht das eingesetzt, weil ich so schallt da und allem hin. Ich versuche mal, was fand die starke, spinnartige Vieh ist. Es wird nur Gold eingebaut. Ah, das tut schon ein bisschen mehr auf dem Splitter. Oh, warum denn jetzt? Ich hätte es mir gewünscht am Ende. Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid. Ja, das war mir nicht stark, dass ich hier bin. Ich bin echt krank. Oh, okay, okay. Trudel, Engolking. Dann, wieder. Das war die Fenra, das war. Ja, die will ich fangen. Die will ich fangen und will nicht. Weil das ist besser als... werde ich dem nicht abschieben, ich weiß es nicht. Ja, besser als Pflanzen, ne? Und schauen. Schau mal auf, ey, du ist Keifel, das reicht. Der Typ ist ja nur am wechseln, ey. So, ich habe mal eine Sponch. Mal gespannt, ob wir den schaffen. Sehr effektiv Schlagbohrer, sehr durchbohren. Okay, das ist doch schon mal gut. 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 Das ist doch schon mal gut. Das ist sehr effektiv. Komm schon, er ist recht dauernd. Ja! Ich mach gerade Latias Raid und muss jetzt entscheiden, ja, aber mit Renderleute macht es keine Lust, weil die zu doof sind und mit Box auch nicht, deshalb die Latias... Dann schick mal einen Code drüber. Was mach ich eigentlich hier? Ja, ich weiß was du meinst, Profito. Also im Riesennest meinst du, was ist gerade? Ich will klar, können wir probieren, vielleicht kann ich ja helfen. Was brauchen wir denn da für Pokemons? Was ist denn gegen Latias denn gut? Ich bin gerade selber in einer Raid, bin aber auch gleichwertig. Ich muss halt die Pilbots machen. Eis. Okay. Und was noch? Wenn kein Eis gibt's? Bluster? Latias ist Drache. Ja, aber was gibt's denn noch für Möglichkeiten? Wieso fängst du die Pukon... Wieso fängst du die Pukon nicht? Ah, voll süß! Einen nehme ich mir immer mit. Wenn ich versagen sollte beim Riesennest, dass ich überhaupt einen habe. Ich habe hier schon so viele Sachen gestellt. Sie können shiny sein. Achso, okay. Das wusste ich nicht. Ach gut, dass du mir das sagst, Lukas. Da haben wir mal wieder was Neues gelernt. Oh, wen gehen wir denn hier zum Tauschen aus? Engländer, ne Flamara. Den gehen wir bestimmt nicht. Den habe ich schon getauscht. Na ja, dann kann der gehen. So, Pokémon. Den tun wir erstmal kurz rüber. Du siehst das nicht vorher, wenn die shiny sind oder nicht. Und wenn du einmal drauf drückst, kannst du auch im Bericht nachgucken, ob die shiny sind oder nicht. Achso, okay. Ja, das wusste ich nicht. Da haben wir wieder was Neues gelernt. Das war cool. Sie freut sich wieder. Oh Gott, was hat sie für ein Nest? Kaburiki. Kaburiki? Kaburiki? Wer ist Kaburiki? Kaburiki ist... Warte mal. Warte mal. Ach egal. Kaburiki haben wir doch, oder nicht? Warum soll ich das nochmal machen? Ich habe Kaburiki nur als shiny. Ah, deswegen wollte sie mir das anbieten. Kaburiki. Woher hast du zweimal Lavardus, zweimal Zaptus und zweimal Arctus? Also, die Gala-Form. Äh, die haben wir nicht. Die habe ich geschenkt bekommen. Die habe ich geschenkt bekommen. Die habe ich geschenkt bekommen. Äh, das ist der normale. Äh, das ist der normale. Das ist der shiny. Das ist ein shiny. Das ist der normale. So wie bei Arctus auch. Normal. Shiny. Normal. Shiny. Ach, mir ist das egal, ob die Geld sind oder nicht. Es war ein Geschenk. Also, alles gut. So, jetzt brauche ich Ihnen nur einmal einen Code, um dir beizutreten. Ui. Gucken, was der Zaubertausch bringt. Nein, ist ja alles gut. Ist ja jedermanns Sache, wie, was wer für Pokémon sammelt, oder. Frustierte Sonnenbrille. Blaue halten. Nur, keine falsche Bescheidenheit. Das passt eh viel besser zu dir. Alles fit denn? Der Atacomando hat das Pokémon. Die haben die Befehle erteilen. Echt praktisch. Ich gebe dir nur einen Tipp. Spiel mit dem Poe irgendwie nicht online, weil sonst wird es die Jocker und wahrscheinlich gebannt. Also, für Latias hat es Eis oder Drache. Also, für Latias hat es Eis oder Drache. so. Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ja, ich brauche mal ganz kurz ein Code. Das wäre... Dann könnten wir... Miu... Tess auch coole Raikwatz Klingt auch cool aus Kapofalla ist Psycho Drache Flug Die wollte ich mal ausprobieren Wie die drauf ist Ah, den muss ich erstmal kurz... Wo waren die denn? Hier Oh, ein Zaubertausch, bin mal gespannt Kopeka im Lab.com Wir kriegen glaube ich Einen Meisterball in Glücke Oh, Drago... Drago Nier als Shiny Ach ja So viele spielen Pokémon so wie sie möchten Aber er hat Meisterball Meisterbälle nehme ich immer gerne an Sammel die Meisterbälle So... So... Und der nächste Zaubertausch So... Und der nächste Zaubertausch Verflamara haben wir zweimal, ne? Wow 160... Oder mal ein Siebt Hey, hey! Hi Skittle... Igle Sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche Aber... Löhchen! Okay, wir können machen Wie muss ich das denn jetzt machen, wenn ich bei dir überlege... Muss ich dann auch zum Riesennest? Da haben wir heute alle auf Stream... Skype ausgesprochen Achso... Ich bin noch nie Riesennest beigetreten Muss ich zum Riesennest plus drücken und dann den Code eingehen Okay Okay, okay, okay Okay Zwei... Egal, egal Hauptsache Pokémons Ha! Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Und... Zwei Zweifel Hi Shiba Girl Aber warte mal, das ist doch mein... Dann gehört das... Das geht doch gar nicht Bin ich jetzt dann bei dir? Ah, cool, hab dich! Hätten wir vielleicht Glück, dass jemand vielleicht noch reintritt Manchmal, wenn die Postwörter... Ähm... Einfach sind, tritt einfach welche bei Möchte vielleicht jemand mitmachen? Ganz genau, Lukas Fragt sie Vielleicht möchte ja jemand mitmachen Die von den Leuten Und zwar viermal aufmachen Ich hab doch... Paar Sekunden Zeit, wenn ihr mitmachen wollt Super, dann hopp, hopp! Haha Schneller, du hast doch paar Sekunden Es ist super Desto mehr Leute, desto besser ist es doch Auch wenn zu viel passen Du schaffst das! Hm, die Sekunden laufen Awww Wir können aber kurz abbrechen auch Wenn du mitmachen möchtest Und dann aufmachen ... ... ... ... ... ... ... ... Was war das nochmal? Was soll ich denn nehmen? Was hilft denn dagegen? Das war Latias, ne? Alles Eis, Unlicht, Drache, Geist, Pokémon nehmen. Eis, Unlicht, Drache, Geist, Pokémon mitnehmen. Ja toll, ich hab ja hier gar keinen. Und Fee. Okay. Toll, jetzt kommt Unlicht. Heißt, Unlicht, Drache, Geist, Pokémon mitnehmen. Ja. Unlicht, äh, nach links. Links. Links ist gut. Ja, deswegen sag ich, desto mehr Leute mitmachen, desto besser wär's gewesen. Am Anfang ist es nicht ganz so wichtig. Man kann ja wenig dessen noch ein paar Passen finden. Ja, das stimmt. Und... Oh, das Problem, die zwei sind Bots, ne? Wir machen was zu wollen. Die kannst du leider nicht sagen. Ey, nimm mal, der ist da, da in der Mitte, da. Ein Geist. Ja, aber Unlicht ist ja auch gut, oder nicht? Ist das? Das ist ja nicht, da in der Mitte. Okay. Also, das ist ja auch gut. Wie kommt's los? Darf ich überhaupt was machen? Ach du Schütteln. Oh mein Gott. Was machen wir? Ja. Wenn ich überhaupt angreifen könnte. Machen wir. Aber soll ich dieses Pobeko... Ich nehme dieses Pobeko, ey. Nimmst du dieses Fehl-Pokémon, oder? Oder soll ich Pobeko nehmen? Und noch Pobeko? Aber Timo ist gar nichts. Also nicht gegen Dino. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Ich habe ihn mitgebracht. Okay, alles klar. Dann fange ich ihn mal. Ich habe ihn mitgebracht. Ja, ich weiß nicht. Bleiben wir mal drin. Nur manchmal schmeiße ich auch einen Hip-Hop-Ball. Oh, ein Bot. Ein Bot hat gefragt, ob er den haben darf. Was möchtest du? Fee oder Geist? Ist das egal? Fee. Okay. Ach, das ist dieses Pikachu. Ist halt von Typ Fee und Geist. Ja, der verkleidete Pikachu. Da ey, ne, Aura Ratsch, Mr. Aura, also alles ist hier effektiv gerade noch. Naja. Nice, jetzt hätte ich ein Film-Problem, aber wenn es keine Feuerattacke hat, dann nehme ich wenn ich mal, entweder nimmt es ein Bot oder ich nehme es. Ja. Ja, wie du möchtest, ne? Hallöchen Kartoffeln, nah sind. Und Genickbrauch. Ey, man nimmt viel abgezogen, schon Genickbrauch. Oh man, dieses Profimonder. Wer überhaupt auf die Idee gekommen ist, erst zu Ende. Oh man. Habt ihr gehört? Schon in April kommt Pokémon Snap. Kommt ein neues Pokémon-Spiel, da wo du nur fotografieren kannst. Fotos machen kann. Weiß nicht, ob ihr das von früher kennt. Welches macht ihr? Da fragt's am besten Luca. Oh ja, wie sofort die Stream. Na ja, man kann's ja schon vorbestellen, ne? Ähm... Store. Boah. Das hab ich gerade schon gelesen. Hab ich leider schon. Boah. Wo car ich da. G Selig. Warte. 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 Ich hoffe aber, dass sie lieber in den Direktraum anders über irgendeinen Höhle zu durch Das war so hoher rot und blau. Es gibt doch noch so'n, äh, also genau, fett wie die Katschen. So fett. Ähm, es gibt doch noch so'n Pokémon-Spiel. Guck mal, wie ist das, dieses Teamspiel? Äh, wenn ich mal kurz sattel... Ich muss mal was machen. Kennt das jemand vielleicht von euch? Wie hieß das nochmal? Pokémon Mystery Dungeon Retteteam DX. Hat das jemand von euch mal gespielt? Das interessiert mich auch. Mystery Dungeon. Ja, ganz genau. Dieses, äh, ähm, du läufst ja mit dem Team da rum. Das hat ja auch sehr gute, äh, Bewertungen. Sehr gute Bewertungen im Kondor-Spiel. So. Und, will das jemand nehmen oder nicht? Und, will das? Ja. Boah, alle. Also auch, sei... ... Klar, der zweite Teil, also von DS-Erkundungsteam ist besser. Aber ich finde, die haben den ersten Teil auch echt schön rübergebracht. Ähm, Gewehr Remaker sind doch jetzt quasi auf Event. Ich bin mal bei Twitter. Zentropoch immer. Moment. Ich bin leider völlig verletzlich. Ich hoffe. Oh, ich bin mal bei mir drin. Es wurde jetzt Gift genommen. Gift ist noch da gegen Psycho. Oh, ein kleines Hamsterchen kann Großbeeren. Okay, Pizza. Hier wird auf jeden Fall das Remaker kommen. Aber ich werde auch auf Twitter abgenommen und auf Twitter. Tja. Schade, dass man die Kuchen uns egalen kann, ey. ... ich glaube, ich bin da più... Ich habe also nicht schon eh ... ... ich habe verstanden, dass das nicht so schön ist, oder? Ich hoffe, dass das nicht so ist, oder? Und down! Es kommt auch irgendwas mit Mario, ne? In so ne Erweiterung. Es kommt auch irgendwas wieder. Ich freue euch an! Ist ja schön, wenn ich euch heilen könnte. Mensch, verdrückt das ja mit den Homepeiern. Es kommt noch auf! Das war's. Ja, sowas haben. Don't schau rein schon. Das war's für heute. Inwiefern denkst du? Würd ich auch mal was sagen? Oh Gott, ey! Wassergift. Ich hab da eine drauf schon. Ich hab dieses neue Pokémon-Spiel, das werden viele kaufen. Ich hab dieses neue Pokémon-Spiel, das werden viele kaufen. Also viele waren schon begeistert, wenn sie es gehört haben, dass es in April rauskommt. Also ich bin mal gespannt. Ach, jass. Das sieht ja aus Schuss aus. Sehr effektiv, heißt es. Okay. 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 Ich habe sie ja schon mal Ich habe sie heute keinen Spiele Atelier reingezogen, aber ich habe noch Zeit für ein neues großes Spiel Dann habe ich die Zeit verkauft, aber ich habe es zu bei den Jungen, aber das habe ich nicht mehr, wenn ich hätte überrascht. Oh, jetzt wäre er wieder lieb. Also wenn er denkt, muss ich nur alles effektiv machen. Oh, das war aber sehr schön. Hier fangt Pokémon. Äh, bald. Ich nehm den Latjes mit. Wenn man einfach nur nachdenkt, was man wie Nintendo T. Klar, Pokémon Z wurde deshalb auch so schon erwartet und es kam bis heute nicht. Und klar, machten sich überraschen mit Snap und auch Mystic, Mystic Dungeon. Ja, das stimmt. Und ich bin echt gespannt auf diese Snap. Das Mystery Dungeon interessiert mich auch. Ich hab mir Pokémon-Tausch hier, Zaubertausch gemacht. Verdammt. Ja. Ach, versuchst du ihn als Shiny zu bekommen? Oder kommt jetzt ein anderes Pokémon? Ich hab hier gar kein Platz. Oh, nö. Oh sie freut sie! Was hat sie denn? Entee? Auch Entee hab ich schon. Ja und gleich wird sie geplant sein können. Ich sage ja nur was ich mit Schmeißvoll mache. Weil es dieses Jahr nicht nur in Dessie bleiben, dafür fehlt ein Mega. Tension 2 wird es safe nicht sein, da wär zu früh. Rage ist ausgestorben. Das neue Pokémon Game zählt nicht. Ich bin gespannt wie das so ankommt. Oh, Zaubertauscher fertig. Auf Wiedersehen Flammarer! Oh guckle, echt, das ist viel. Ganz schnell nochmal ein Zaubertauschen machen. Mal ihn los schicken. Bevor wir noch mal in eine T-Nachricht kommen. Aber ich muss leider los. Jo! Bye Lukas! Müsste sein die dann da. Welchen los geht's mit Details? Da sind auch da bestimmt Pokémon. Trottner Dialga. Egal. Egal. Einmal machen wir noch. Einmal wagen wir uns in das Nest. Und schauen was auf uns wartet. Mal gespannt. Boah, das ging aber schnell jetzt rein. Meine Güte. Mal. Das ist so. Dann. Mal. Nichts. Mal. Mal. Na komm John, jetzt muss da nur noch einer reinkommen. Und piu piu piu. Einer muss noch rein. Hi Taki! Jetzt fängt wieder das Hof auch noch. Äh, Fortnite hab ich doch... Fortnite hab ich gespielt, ja. Freude. Ich hab mir sogar die goldene Münze geholt. Awww, nochmal anfang. Ja, davon hab ich noch genug. Ich hab noch genug Aufgaben. Oh! Das ging aber jetzt schneller voll. Komma, du musst drücken. Sehr schön, wenn sie auf, äh, auf... Freude drücken. Sehr schön. Ja. Gute Frage, was wir nehmen. Oh, was Pflanzen gibt. Oh, Bisa Knosp! Vessus! Warum nimmt der mein Bisa Knosp? Und Licht, Eis, Geist, Feuer, Wasser... Hm. Ah, ich nehm die holen. Komm schon. Qualle oder was das auch immer ist das Vieh. Schau mal, was wir da ändern können. Ich bin immer gespannt, was am Ende fällt. Psycho! Oh! 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 Was machen wir gegen Psycho? Äh, Käfer, Geist oder Unlicht? Käfer, Geist oder Unlicht? Oh, jetzt hab ich gar nicht... Mewtwo? Käfer, Geist oder Unlicht? Hatten wir da irgendwas? Hab ich gar nicht so geachtet jetzt auf dem Weg. Das ist Psycho hier, oder? Ist das... Mewtwo? Boah, was war denn Mewtwo? Mewtwo noch mal. Da fragst du mich was, ey. Mewtwo war... oder ist... Psycho, ja. Ja, das wär der Knaller, wenn der da drin ist. Mewtwo ist hässlich. Ich weiß, Mew ist Lisa. Was ist denn? Mewtwo! Mewtwo! So, jetzt sieht der ja gar nichts abfasst denn. Ach, das wird lustig ja. Ich hätte gerne bisher Knopps gehabt. Hat das Pferde? Aber gibt's Mew auch hier? Na ja, jetzt sind wir mal gleich gespannt, wenn wir am Ende kommen sollten. Wie sieht die Sachen aus? Wie sieht's aus? Aber dieser Knosp zieht am meisten in Abbruch. Diener Gift-Spiele! Da ne kleine Knudelluft muss voll einstecken Na Gott sei Dank hier werden die Attacken verfehlen Aber er kann gut einstecken in Knudeluft Kann ich schon sagen, ich hau es ab Weiter gehts Knudeluft Kampfelektro Das Problem wir haben hier gerade gar nichts Lass uns helfen können Käfer Geil Und Lichtsiechen Teddybärchen Guss 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 Ich feuere die Gruppe, die natürlich sind voll Spidje-Effel! Knudelhof, wo muss ich noch mal eine knallen? Oh, er knallt sich schon mal selber. Knudelhof muss ran. Ich hätte ja gerade platt gemacht, ey. Was ist so gut wieder? Ich hätte über 50 Eile gegeben. Kosturso wurde gefangen. Ich habe es schon mal ein Kramm. Ich habe es schon mal ein Kramm. Ich habe es schon mal ein Kramm. Boah, Aquana wird gehen. Kriegst du viel Gärchen? Da gibt's doch noch nicht mal Bärchen. Bären. Zum Hain. Und alle wollen nach links. Das ist der, oder? Die wollen's nicht. Dann muss ich den nehmen, oder was? Jetzt weiß ich nicht. Soll ich gleich den dann nehmen? Oder soll ich... Oh Gott. Oder soll ich mit meinen weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich weiß ja nicht wer da steht als Psycho. Was könnte denn noch sein Psycho? Das kann doch was anderes sein. Ich glaube nicht, dass wir auf New 2 treffen werden. Ich glaub dafür ist das viel zu selten bestimmt. Oh ja. Du bist doch alles weg. Oh, du bist doch Awb. Du bist doch noch. Oh, du bist doch. Hopf! Ich bin dort so hüschbar! Wer könnte das denn noch sein? Psycho Psycho! In Fels kommt viel, oder? Oh! Er ist da! Ich nehme den einfach! Wir wissen sowieso nicht, wer den lässt. Also wir können sowieso nichts tun. Was müssen wir gerade machen? Sagen wir es mal so. Das klingt nicht gut aus gerade. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da ist nicht eine Katastrophe. Ha! Shopping bekommen! Eine Katastrophe! Wenn das jetzt echt was ist, was wir denken. Ich glaube nicht, Teddy Bear ist fast tot. Super! Super! Wir haben drei Herzen. Teddy Bear ist fast down. Und jetzt kommt das schlimmste Albtraum. Oder was? Da ist das Psycho-Pokémon. Und? 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 Hat der mich jetzt erschrocken? Und den haben wir schon! Hatten wir den nicht gefangen? Ha! Dann ist ja alles gut. Wenn das jetzt Mewtwo gewesen wäre, wäre alles. Ich glaube, das ist ein Gefahr. Alles Ende für uns alle. Ich glaube, der ist zu selten, dass wir diesen Moment miterleben dürfen. Aber ich glaube, den haben wir letztes Mal uns geholt. Wenn mich das nicht täuscht. Es gibt drei Stück von denen. Also gucken wir an den. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig gerade sicher. Ja. Werden wir ja gleich sehen. Wenn ich es nicht fangen darf, dann war es das. Super! Der Bär hat sich gerade schon gebracht. Danke fürs Herz wegnehmen. Okay, man. Zauber. Okay. Und dann ist das viel Scheine und du kannst es nicht fangen. Woher kennt man das denn? Und dann ist das viel Scheine und du kannst es nicht fangen. Woher kennt man das denn? Man sieht es ja so nicht, ne? Man sieht es ja so nicht, ne? Das sieht doch ganz normal aus, oder nicht? Das ist doch der normale Wispin, oder nicht? Das Wispin schläft gerade. Ich hab den Hamlet dran. Kamst du dann an. Nein, tanzen sollen wir uns nicht, da hast du recht. War doch einfach am Ende. Ja! Weil das nicht ein Youtube war. Und ich hatte den. Haben wir hier irgendwas... Nichts besonderes bei. Dann nehmen wir den zum Tauschen. Nein, wir brauchen das Auftrittsort nicht mehr. Oh, die hat irgendwas Neues. Kanguron. Wer ist Kanguron? Ich habe... Kanguron? Wer ist Kanguron? Da müssen wir jetzt mal googeln. Ich kenne echt nicht alle Namen. K... K... Kanguron. Wer ist Kanguron? Ach, der. Ne, den haben wir schon. Den brauchen wir nicht. Wenn ein Legge fängt, sodass es nicht shiny ist, nimmst du nicht andere Pokémon. Speichere das Nest und mache es immer wieder, bis es shiny ist. Ach so, meinst du das? Wuiiii. Mach mal bitte Zaubertausch. Wow. 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 Piu. 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 Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Vorwärts. Geradeaus. Zaubertausch. Mach mal Cina. Mach Cina. Mach Cina. Mach Cina. Mach Cina. Mach Cina. Mach Cina. Oh. Gehen wir klein. Boah wie heißt der denn? Von Mogelbaum. Mo... Wo ist der kleine von? Bonsly? Nee. Bonsly heißt er denn? Es heißt Bonsly? Wer ist denn der Kleine hier vom Mobile-Baum? Mobile? Ich wollte schon sagen, ne? Den haben wir sowieso. Das sind alle unsere Zaubertusche. Na gut. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Schlaft gut und bis morgen. Bye.